hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten folge von die g3 in unserer dritten staffel im early access der patch version 0.9.8 beim letzten mal haben wir uns ja gewagt den betrieb in die stadt zu setzen die maurerei auch noch nicht dazu setzen wo er gemerkt haben ist könnte unter umständen gewisse herausforderungen geben wenn man ist dann auf kurz oder lang dahin bringen möchte dass man keine der rohstoffe mehr einkaufen muss außer natürlich in dem fall die gesteine aber wasser und leder hier in dem fall was wir jetzt gerade haben wasser leder ton erde müssen wir zwangsweise kaufen ist ja auch aus dem steinbruch und da haben wir ja festgestellt da gibt es anscheinend keinen steinbruch der ton erde anbietet ich habe das übrigens mal dem heim heinrich gemeldet dass die rohstoffquellen und wie immer bloß bestimmte arten anbieten und nicht irgendwie von allem etwas hat dadurch weitergeleitet also können wir guter dinge sein und hoffen dass es spätestens mit dem nächsten patch dann gefixt wird aber ihr seht das funktioniert ja auch so man hat jetzt nur am anfang weniger schnell gewinne ich lasse auch mal ein bisschen schneller laufen in der zeit die sache läuft das ist wichtig es funktioniert irgendwo und wie man kann es aber natürlich nicht damit rechnen dass man mit einer manuellen route gezielt und so günstig wie möglich fahren kann das das ist so nicht machbar und wir haben gerade geld verdient und wir haben ja zwei fuhrklechte entschuldigung habe ich ganz vergessen ok ich merke aber gerade ich habe meine sound settings doch ein bisschen sehr arg laut eingestellt ich habe mich noch mal ein bisschen rumprobiert und ich muss jetzt hier nicht schreien man hört ja die musik bei mir sollte muss der zwölfte fünfte für die die ist gerne immer mit verfolgen und wissen wollen diese so rum geflackert das ist immer noch so ärgerlich ups da gab es einen kleinen ruckler so bleiben wir in der position und es hörte auf zu regnen ok herrlich apropos wir sollten auch mal wenigstens einmal unser zu hause reparieren vielleicht brauchen was beim nächsten mal schon gar nicht mehr zu reparieren und dann haben wir schon die nächste hütte da kommen da schon mal dabei sind sowohl sind wir stehen geblieben abgesehen davon dass wir jetzt diesen betrieb insgesamt haben die möchte meinen wir könnten wollten sollten uns dann die nächste stufe vorarbeiten denn auf dauer gesehen werden uns die ton kann nicht viel bringen denn irgendwann ist der bedarf gedeckt glaube nämlich dass die ton kann die haben zwar einen guten verbrauch also dass immer wieder mal ein guter tagesverbrauch drin aber wenn ich jetzt hier noch mehr arbeiter einstelle und so weiter und so fort dann ist irgendwann in allen märkten der bedarf gedeckt ich weiß ehrlich gesagt nicht ob das wirklich so funktioniert ob das wirklich machbar ist aber ich kann es mir gut vorstellen so rein von der logik gerne stellen wir jetzt erst mal ja auch die nächste person eine gucken wir gleich mal ob wir dann schon die nächste stufe freischalten können denn danach käme auch der edelstein ring und da sehen wir juwelen die können wir ja zuhauf kaufen eigentlich die werden ja hier zu schleuderpreisen raus gehauen momentan durch diesen ich nehme mal an es ist ein bug kann sogar richtig fett geld dran verdienen wie ich gerade sehe das ist der juwel selbst obwohl komme trotzdem selbst an den juwelen kommerschen geld verdienen in dem weiter einfach für sieben oder fünf was das war die edelsteine kaufen und die dann verarbeiten aber natürlich wollen wir das nicht sondern wir wollen plasma kaufen ektoplasma für ektoplasma brauchen wir wiederum den heilkunde zweig das gucken wir aber erstmal auch mal ist bei patricia ab wann gibt es ektoplasma apotheke wahrscheinlich ne oder ist das sammelbar kann sein dass das sammelbar ist als rohstoff irgendwo nicht echt am überlegen aber ich glaube wir brauchten dafür weingeist zur verfügung also apotheke an sich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher es ist ein weichen her dass ich das gespielt habe also den 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 heilkunde bereich erst mal auf wir gehen mal den markt buch das war die falsche toste du da rohstoffe vermutlich guck mal gold erz für acht ton erde ist auch immer schön viel da eisenerz ist zuhauf da von daher braucht man sich da an dem punkt auch keine sorgen zu machen okay vielleicht ist es schatten güter wir auch nicht ist ektoplasma wirklich ein alltags gut warum auch immer laboratorium archämie 2 braucht man dafür ach ja dafür brauchen wir knochen und fett eine gute knochen kann man sammeln das ist kein thema aber fett müssen wir dann theoretisch wenn wir das wirklich so machen wollen müssten wir fett dann aus der nahrungsmittelproduktion und selber rausziehen und alkohol ebenso das ist dann schon wirtshaus er aber ganz ehrlich wenn ich hier so diese grundversorgung sehe ich denke mal wir kaufen die ganzen sachen jetzt erstmal ich würde es jetzt auch nicht zu stark ausweiten hier nicht zu stark ausreizen die vera ist groß genug dass sie mist bauen kann sehe ich das richtig aber sie soll kein mist bauen sie soll lieber ach das können wir doch gar nicht dann gehe einfach so raus und spielen das müssen wir erst noch erlernen anderen was vorzulesen das kommt dann wahrscheinlich irgendwo patricia wahrscheinlich wo war denn das schon wieder waren ich konnte das früher alles auswendig machst du mal ein zwei monate pause und dann sowas wo ist denn das hin ich bin wahrscheinlich schon wieder blind pass mal auf hier hier ist es nicht wie ich gerade sehe schade dass man hier kein vorknecht einstellen kann ich sehe nämlich gerade hier im zuhause das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht kann man selber den dauer auftrag geben wasser zu sammeln weil ich mache das jetzt nicht aber nur so als überlegung man könnte jetzt dementsprechend ein zwei familienmitglieder oder schurken nicht schurken schergen eventuell vielleicht geht es auch bei denen dass man sich einfach ein schergen anheuert und denen dann da rein stellt und ihnen dann sagt er soll dauerhaft wasser sammeln und eine einzige manuelle route soll sich dann das wasser da rausschnappen und in ein lagerhaus oder in eine lagerscheune bringen und die betriebe holen sich ja dann da das wasser ab spart man sich dann je nachdem wir für wasser man wirklich benötigt schon mal viel geld jemand mag mich wer ist es denn Lars Hollinger wieder sehr schön okay ähm jemand hat euch gelobt das finde ich sehr schön eigentlich könnten wir ja was könnten wir eigentlich wir könnten eigentlich noch mehr betriebe bauen theoretisch praktisch will ich jetzt aber doch erstmal gucken was wir noch an erweiterungen uns würdig leisten sollten ich glaube da habe ich erstmal schon die die ich haben wollte ne äh es ist ein kleines problemchen uns fehlt bloß noch ein bisschen geld einfluss kommt jetzt immer schön mehr hinzu ich will was süßes haben hier auch wenn die vera spielt habt ihr gerade gesehen auch die beliebtheit steigt dann in der stadt brauchten 7600 das würde ich gerne noch machen oder andererseits ach komm schalten wir jetzt die anderen Sachen hier frei Holz und Eisen dachte ich mir machen wir auf jeden Fall ich bin schwerer du bist aber super schnell am leveln hier finde ich gut so ich bin gerade beschäftigt ähm ich will noch kurz eine Sache nachgucken okay der nächste Tag ist angebrochen und es sind wieder 0,20 Ton kann also ich möchte mal mich erinnern zu können im letzten Update konnte man dafür sorgen dass der Markt übersättigt ist und wir bringen hier regelmäßig 13 achso quatsch Robin denk doch mal nach es ist nicht immer derselbe Markt der da unten steht das musste mal beobachten es ist ja auch alles neu für mich wir könnten jetzt aber endlich mal wieder während ich noch ein kleines bisschen kurz auf das Geld hier warte endlich mal wieder hier reingucken das habe ich ja eigentlich schon am Ende der ersten Folge machen wollen die vor einer Woche war können wir uns jetzt hier nochmal angucken das ist es was ich euch zeigen wollte noch sind jetzt hier keine genauen Zahlen oder was auch immer das ist einfach nur eine optische Darstellung für jemanden da sieht man auch so ein bisschen den Preisvergleich zwischen den Ostelbemärkten und den Westelbemärkten dann haben wir noch ein Einzugsgebiet Neustadt, Altstadt und Sudenburg allerdings fiel mir hierfür die Farben muss ich dafür irgendwo raufklicken ne das noch nicht wenn ich das jetzt hier rausnehme auch nicht soweit ich das aber verstanden habe ist das alles noch in Entwicklung es ist noch nicht endgültig ach so das soll die weiße Linie sein ja das ist die weiße Linie der Einzugsgebiet wird die weiße Linie sein grune blau ist ja wohl klar das ist teilweise identisch aber teilweise eben auch nicht wenn man halt die Maus nicht drauf hat dann werden alle angezeigt außer da natürlich wo sich das überlappt aber da sieht man am wenigsten schon mal dass es stabile Preise sind wir sehen jetzt hier zum Beispiel bei Silbererz der ist in den Keller hier rauscht bei Edelstein ist auch in den Keller hier rauscht ja warum wohl füllt ja auch nur hat das verkauft oh Aurelia was denn los hast du dich wieder bemopsen lassen lass dich doch nicht immer bemopsen wollte er sagen ich bin gerade verhindert gut komm das machen wir jetzt nur noch dann können wir Fernhandel theoretisch betreiben obwohl auf der anderen Seite da muss ein Scherge mehr das hier ist wichtiger die Ölfenhalb ja doch ich gebe jetzt hier Freier ne Freibürger stimmt aber ist das nicht da unten ist Freier ok werden doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ein schwerer Schneesturm ah diese Schneestürmer ok gut jetzt lass nochmal gucken hier wäre ja noch Steinbruch dann hatten wir ja Mine und Holzfäller hier noch oh die Mine bietet jetzt mittlerweile gar nichts mehr an auch nicht schlecht und der Holzfäller bietet komischerweise nur Holz Cola das ist wirklich ärgerlich dass das momentan noch nicht funktioniert aber ich bin da trotzdem guter Dinge dass es wieder funktionieren wird ich sag mal jetzt bieten die jetzt gar nichts mehr an mir oder was er macht nur noch Edelsteine ah doch hier ist noch Golderz es kam jetzt auch kein Update in den Tagen mit hinzu muss aber auch gestehen dass ich erst heute dazu kam den lieben Heinrich mal zu schreiben falls es noch nicht bekannt sein sollte im Team ist es dann wenigstens jetzt in der Bearbeitung boah hier gibt es ja nur Granit also ganz ehrlich da kann ich mich jetzt in diesem Let's Play bis das noch nicht gefixt ist oh hier gibt es tatsächlich mal Ton Erde ich weiß es nicht muss ich mich jetzt nicht zwangsläufig drauf verlassen auf die Rohstoffproduzenten oh schluck auf auf die Rohstoffproduzenten hier gibt es tatsächlich mal nach Holz wow aber kein Markt ne und hier gibt es schon einen Tischler ne das wollen wir mal nicht riskieren ne nö dann äh gehen wir in die Stadt und fertig ist dann schnappen wir uns hier schön ganz Sudenburg wenn es geht dann versuchen wir da die Dominanz auszusprechen so machen wir jetzt hier noch einen Holzfäller den Zimmermonster erstmal hin euer Ansehen ist gewachsen ich hab da grad was ganz anderes als Astloch gelesen ich hätte gleich in der Nähe vom Markt bauen können eigentlich andererseits tut nicht Not kommst du nämlich jetzt hier hin bestätigen das wird jetzt erstmal in Ruhe vor sich hin gezimmert das Häusle ich hab schon die ganze Zeit überhaupt vierfache Geschwindigkeit ihr seht's dann sorgen wir jetzt einfach mal dafür dass wir wie ich letztes Mal schon angesprochen habe nach Möglichkeit alle vier Zweige aus dem Handwerk vertreten und dann so nach und nach könnte man noch gucken und überlegen ob man sich aus den anderen noch was mit hinzuholt es wird bestimmt den ein oder anderen Rohstoff geben beziehungsweise den ein oder anderen Zweig geben der dem Handwerk am meisten Einkaufskosten ersparen würde jetzt muss ich nur mal gucken Ton ist alles da Timer läuft auch naja Astloch ein neues Gebäude wurde errichtet das finde ich schön so dann stellen wir auf jeden Fall schon mal zwei Leute ein da müssen wir jetzt aber erstmal überlegen was wir denn hier machen wollen ich nehme mal an dass die automatisch Kämme machen werden weil Kämme gehen wirklich schnell weg und hierfür braucht man nämlich nochmal Nägel und Nägel an sich sind schon etwas teurer oder auch nicht achso doch sind sie etwas teurer als das Eichenholz selber da macht nämlich einer die Bretter und einer macht die Kämme draus so in dem Dreh also machen wir mal den hat er schon drin machen wir hier mal mindestens 10 obwohl machen wir machen wir hier von 30 hiervon machst du 60 verkauft kannst du ruhig mal 2 machen zu 10% Rabatt wieder beschaffen brauchst du nicht die werden wahrscheinlich sowieso nicht produziert bin ich raus aus dem Balken da kann ich jetzt auch getrost runtersquollen Kämme machen wir auch 10% aber da geben wir gerne 10er Pack raus passt und möge der Fuhrklecht Fuhrklechten damit haben wir nämlich jetzt noch den nächsten Berufszweig jetzt hier drin der wiederum bringt uns dann im besten Fall noch schneller Geld ein am Anfang kostet er natürlich weil es erstmal eingekauft wird sie läuft jetzt zum Beispiel zu sie läuft tatsächlich zu viele Hölzer ist ja wunderbar dass ich euch das jetzt zeigen kann die ist automatisiert und sie läuft automatisch zum Rohstoffproduzenten viele Hölzer und kauft da Eichenholz ein herrlich das wollte ich euch zeigen das gefällt mir obwohl ich echt nicht mehr weiß ob ich das schon in der ersten Folge gezeigt habe ich werde alt und vergesslich habe ich schon erwähnt dass ich alt werde und vergesslich aber gut das funktioniert jetzt können wir das hier auch mal so weit wie möglich maximieren hey gerade war frisch gebaut die Hütte und schon kommt der Presser vorbei natürlich wieder von der Familie die uns ja sowieso schon so überhaupt nicht mag aber gut wir wollen 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 auf jeden Fall eine Produktivität steigern wir wollen Kundenzufriedenheit für den Fall der Fälle Schutz vor Krankheiten nehme ich auf jeden Fall rein ich erinnere mich noch an die Staffel wo mir ständig die Arbeiter krepiert sind ein weiterer Furchtlicht wird irgendwann sowieso notwendig können wir sogar noch mehr sehr schön Arbeiter 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 Brandschutz ich weiß nicht also ich weiß nicht ob das mittlerweile wieder drin ist dass hier auch durch Naturkatastrophen was brennen kann oder was heißt Katastrophen sondern eher durch Zufall etwas brennen kann es war glaube ich mal eine Zeit lang drin hat dann aber irgendwie immer nur für Probleme gesorgt ich weiß noch die eine Folge mit dem Großbrand wo uns ganz Prestern die ganze Olfenstedt irgendwie abgefackelt ist aber ich glaube das sagt dann daran dass die KI sich da gegenseitig bekriegt hatte so zack zack achso automatisieren natürlich noch den Wilfried der macht auch Kämme weil natürlich die Bretter schneller hergestellt werden als die Kämme macht dementsprechend Sinn und Statistik nee nicht Familie sondern Betriebe das wäre noch eine schöne Sache wenn ich schon im Betrieb bin dann im Betrieb auf Statistik klicke dass ich dann direkt bei der Statistik von diesem Betrieb lande hatte ich immer bei der Familie und da ist die Vera schon wieder aufgestiegen ist ja der Hammer ist eine ganz kluge bist du fast drohdoof auf die Welt gekommen bist du jetzt auch mal eine ganz kluge so Astloch macht jetzt langsam Gewinne warum nur 28 ach Bretter verkauft oder was ah ja noch nicht genügend Kämme da gewesen weil ich bin ja hier auf 10 hochgeschossen äh uha das ist jetzt natürlich sehr interessant wenn ich jetzt sehe dass am Westelbe Märkte die Kämme für 194 das Stück rausgehen könnte ich mir jetzt noch einen Schein zu sagen ich verkaufe die nicht hier vor Ort für 149 entweder ich gehe mit dem Preis hoch oder ich verkaufe die gar nicht die 10% gebe ich eigentlich immer nur weil normalerweise in der Verkaufsfläche das eigentlich teurer ist aber daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen die Verkaufsfläche richtet sich ja jetzt nur nach dem Standort des Betriebes und nicht am Bestpreis ja ist natürlich da muss man jetzt dreimal hingucken aber ich würde sagen wir geben jetzt hier schon die nächsten Fuhrknecht mit rein denn hier seid ihr halt ein bisschen schneller denn die Dame tut nix warum tut sie nix weil sie wartet dass Kämme fertig werden und die anderen Sachen sind ausreichend vorhanden obwohl sie schon langsam loslaufen ne könnt ne braucht sie nicht stimmt ich hab gesagt das hier brauchst du nicht beschaffen na gut dann würde ich sagen nächste Expansion Eisen ja das wäre doch noch ein bisschen zu heftig jetzt machen wir erstmal ein paar Kleinstinvestitionen und gucken dann weiter das ist nämlich jetzt auch das vierte von vier Gebäuden genau und dann ist schon die Überlegung wert bei dem fünften vielleicht schon ein Lagerhaus zu bauen machen wir aber hier erstmal die Gießerei dazu Eisenhauers Freud ach herrlich es passt schön daneben dann hoffe ich ja dass ich hier gegenüber ein Lagerhaus bauen kann oder hier zwischen das ist eigentlich so meine Intention an der Geschichte garantiert geschmiedet ja okay machen wir das so ja kannst du nur kommt hier drüben Lagerhaushänder passt das zack zack dauert natürlich wieder ein kleines Weichchen ja das finde ich schön Holinger mal wieder und Unterholzer sag mal da fällt mir ein Holinger und Unterholzer ihr mögt mich doch so sehr wollen wir nicht nochmal irgendwie gucken oder haben wir schon eine Allianz ich weiß gar nicht mehr haben wir schon eine Allianz das finde ich schön guck mal hier perfekt und ihr das ist Schrecker wo ist ein Holzinger 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 Ach das Unterholzer nicht Holzinger das hier ist Unterholzer und hier ist Holinger Holinger hat mich jetzt auch mal gelobt wir sind hier bei 39 im Plus da mache ich aber mal zuerst Schrecker ein Angebot dass wir eine Allianz gründen ja ich bin eine Abmachung treffen lass mal den hier machen tun zack sehr schön so hier müssten wir schon mal noch nicht sofort aber gleich Leute einstellen dann nehme ich mal an gehen die automatisch auf Silberkette das heißt einer muss das einschmelzen Holz Cola auch sehr praktisch haben wir ja gesehen wird das überall noch mit angeboten so drei Arbeiter müssten es schon sein zack ein Nichtgebäude abreißen jetzt hätte ich mich fast hier drauf geklickt eins zwei und drei ein Furchtlich darf es auch gerne sein auch wenn gerade Feierabend ist und jetzt müssen wir uns mal kurz hier ein bisschen wieder auf normal zurückschrauben dann sagen wir mal hiervon sollen bitte 30 vorhanden sein hiervon bitte 60 ich mache das immer absichtlich ein bisschen höher damit wir Obwohl kannst du doch machen ähm falls die Flutlechte mal länger fahren damit wir immer ein bisschen Vorrat haben bevor der Betrieb stillsteht nur weil er gerade durch die ganze Karte läuft um dort Dinge zu kaufen so die anderen Sachen sind erstmal nicht relevant aber schon mal guck Wettstein für später ist dann wiederum relevant für uns die können wir selber herstellen zack Bombe wusste ich doch dass sie selber Ketten machen 121 142 allerdings ja gut okay doch 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 ist schon richtig so hier ist der Rohstoffeinkauf mit 40 48 drin können wir das nicht hier herstellen ach ne das müssten wir ja dann wiederum über die Grobhandwerkerhütte herstellen machbar wäre es aber da hätten wir einen Einkauf von fünf glaube ich ein Erz ist musst du mal reingucken oh was ist hier los du hast nichts gemacht wenn du das sagst dann hast du was gemacht äh ja geh mal hier rumschleppen ich mag nicht doch du magst und du wirst du willst oder nicht führe ich dich bei den Nachbarn entschuldigen für deinen Bruder und so dann gehst du spielen ich mag nicht der Ernst wird noch ernst genug in seinem Leben achso wir sind ja eh schon hier oh da war tatsächlich ein Einkauf von fünf hm aber gut das ist dann auch wiederum wirklich meckern auf hohem Niveau wenn ich da jetzt sage das ist dann doch etwas mehr als gedacht Kauslager benutzen ja nein das ist wahrscheinlich auch wieder aber so eine Geschmackssache ich würde auch super 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 gerne die manuellen Routen anlegen also die nicht vollautomatisierte Handelsroute sondern die selbst eigen angelegte Handelsroute da gucken wir auf jeden Fall auch nochmal rein ob sich da im System was geändert hat ich habe mir aber jetzt schon sagen lassen also schreiben lassen von einigen von euch und auch selber schon gedacht wo ich das gesehen habe wie die Vorklechte jetzt funktionieren und wie das jetzt erstmal mit den getrennten Märkten ist dass es sehr viel komplizierter jetzt geworden ist das richtig abzustimmen wenn man dann wirklich maximale Preise erzielen will ich versuche einen Zwischenweg noch zu finden dass wir vielleicht wirklich eine Kette also nicht die Kette als solche sondern eine Produktionskette hier in dem in der Staffel so anlegen oha ähm dass wir möglichst gar keinen Einkauf haben außer unten Grundrohstoff oh sehr schön die kamen gerade 1400 verdient ich unterbreche mich immer selbst Entschuldigung und das versuchen wir dann wiederum mit einer manuell angelegten Handelsroute zu versorgen vielleicht auch mit mehreren Vorklechten was dann aber alles irgendwie mit einem Lagerhaus zusammenhängen wird wo dann wiederum automatischer Verkauf stattfinden soll damit das wiederum an die Märkte so verteilt wird dass wir da immer die besten Preise erzielen können da werde ich aber auch immer noch mit einer Mindestmenge arbeiten die immer gelagert werden so dass wir auch ähm Fernhandel uns ein goldenes Nächsten verdienen können das ist so meine Grundidee was wie wo warum hier Gießerei na gut da fehlen gerade irgendwelche Rohstoffe ja da sind sie gerade hier kommen die Rohstoffe da wird auch schon wieder eingeschmolzen achso nee es fehlt noch Holzkohle dann sollten wir vielleicht mal gleich zu sehen dass wir den nächsten Vorknecht hier rankriegen hier weil die laufen jetzt wirklich schon weite Wege geh mal helfen sind nämlich ziemlich viele wenn ich das gesehen habe sind wir hier lang unterwegs müssen dann extra hier runter laufen kommen und holen sich dann jetzt doch tatsächlich die Sachen entweder vom Markt aus Ottersleben oder direkt hier aus den äh umliegenden Sachen hier fährt immer was ein und aus aber hier ist nichts im Verkauf ich kenne euch ja ist ja schön dass du mich kennst wenn du mich kennst dann sag doch mal deinem Chef dass er die Sachen hier vor Ort verkaufen soll ja moin Moment das wird nicht angezeigt unsere Marlene hat da gerade Silbererz gekauft gleich mal notieren Zettel, Stift so äh 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 so das ist die vierte Folge haben wir gesagt Rohstoffquellen Anzeigefehler es ist einfach nur ein Anzeigefehler die Sachen werden trotzdem dort angeboten und dann auch so wie wir es eigentlich kennen von allem etwas fertig aus da muss man dann natürlich wenn man da eine manuelle Route anlegen möchte gucken ob das so alles funktioniert muss man immer mal so ein zwei Ingame Tage vielleicht mal beobachten wer steht hier rum pur Maglena warum stehst du nur rum ähm ähm hallo so jetzt mal davon loszulaufen ach so es sind alle Sachen da na gut ähm waren wir so dann müssen wir das natürlich nur aufwerten Tüschelerei aufwerten kostet uns nochmal 1,6 also das ist in Ordnung wir haben jetzt erstmal vor den anderen betrieben erstmal die Grundstoffe da die Rohstoffe und dann würde ich sagen ist es das schon wieder gewesen für heute denn mein Timer der meckert schon wieder machen wir jetzt den ja ja ein Stube ruhig dich so ich hoffe euch hat es gefallen wenn ihr wissen wollt wie es weiter geht dann schaltet doch gerne morgen wieder rein und mal gucken ob wir das so einigermaßen hinbekommen mit dem was ich gerade noch gesagt habe bezüglich der Routen mich würde es natürlich interessieren was ihr davon haltet ob ihr den Vorschlag gut findet ob ihr vielleicht sogar einen besseren Vorschlag habt oder sogar schon Erfahrung darin gesammelt habt mit dem neuen Marktsystem und dem neuen also neuem Routensystem das ist ja noch das alte Routensystem aber unter neuen Voraussetzungen ähm tja und dann würde ich sagen schaltet einfach morgen wieder rein ciao